Wir gucken heute in meinen alten Kleiderschrank. Das kann echt lustig werden und auch ein bisschen peinlich, weil da sind echt viele alte Klamotten von mir drin. Das erste, was ich gefunden habe, war dieses Hemd. Ich finde es eigentlich sogar ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat so ein bisschen Surfer-Style bis hier. Mein Verdacht hat sich bei der zweiten Sache schon bestätigt, und zwar bei dieser Hose hier. Was soll ich sagen? Instead, skinny jeans haben wir alle früher getragen. Ist jetzt nicht mehr so mein Style, aber naja, schaums selber. Ich habe selber keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin, aber wow, ich habe echt schöne Beine, oder? Ich wette, jeder hat schon mal so eine Hose getragen. Jeder wie er mag, aber mir selber gefällt es bei mir nicht so. Ich wette, jeder hat schon mal so eine Hose getragen.